Hier im Sonnenhof in Barleben feiert Hildegard Standke ihren 90. Geburtstag und Ortsbürgermeister Frank Nase überbringt die offiziellen Glückwünsche der Gemeinde. Alles Gute zum Geburtstag. 90 Jahre, ein wahnsinnig stolzes Alter. Ich hoffe, die Tage sind da auch noch gut überspätigt. Heute gibt es noch ein bisschen Nasses von oben. Naja, ich bleibe auch drinnen. Das ist in Ordnung. Ich habe ein paar Blümchen mitgebracht für Sie. Dankeschön, dankeschön. Und damit das Nasse von außen noch nach innen kommt, auch noch kleinen Tropfen hier in der Tüte. Von daher ist für alles gesorgt. Alles, alles Gute von mir, von dem meine Barleben, auch im Namen des Bürgermeisters. Danke, dankeschön. Doch mal alles Gute. Ja, danke, danke, tausend Dank. Die Tochter und der Schwiegersohn haben die kleine Runde liebevoll vorbereitet und so nimmt die Gesellschaft Platz. Hildegard Standke wurde in Fischbeck bei Tangermünde geboren und gegen Ende des Krieges war eine Berufsausbildung für das Mädchen aus dem Dorf nicht vorgesehen. Doch sie hat lange in der Tangermünder Schokoladenfabrik gearbeitet und half mit unter dem Markennamen Tanggetta, Bonbons, Schokoladentafeln und die berühmten Tangermünder Nährstangen herzustellen. Hildegard hat drei Kinder, fünf Enkel und sieben Urenkel und sie wohnt seit 16 Jahren zufrieden im Sonnenhof und hat hier neue Freundschaften geknüpft. Alles Gute zum Geburtstag, alle können feine Gesundheit und decken uns alle ein bisschen zusammen. Ja, hoffentlich. Ja, okay, okay, richtig. Ihren kleinen Haushalt bewirtschaftet sie soweit es geht selbstständig, nutzt aber auch die Hilfe der Angehörigen und den Service des Hauses. Auch von Orts.TV alle guten Wünsche zum 90. Geburtstag, vor allem aber Gesundheit. Auch von Orts.TV.